Ich denke, es geht allen Anfängern so wie mir damals. Da möchte man mit dem Punzieren anfangen und wird erschlagen von hunderten Eisen, die auch noch solche komischen Bezeichnungen haben wie A104 oder B201. Wer soll sich da zurechtfinden? Und was muss man unbedingt als erstes auf der Werkbank haben? In diesem Video versuche ich euch etwas zu helfen. Wie jedes Hobby geht auch das Lederhobby stark an den Geldbeutel. Deshalb solltet ihr euch am Anfang auf die Basics konzentrieren. Der Rest kommt von selbst. Punziereisen sind Herdentiere. Die bleiben nicht allein. Das Wichtigste vorweg. Ihr braucht einen stabilen Tisch. Wackelnde Campingtische gehören nicht zur Grundausstattung. Dann braucht ihr eine Punzierunterlage. Diese sollte aus glattem, poliertem Granit sein. Eine solche Unterlage sollte dick genug sein, um den Schlägen standhalten zu können. Es gibt im Handel Granitplatten zu kaufen. Die sind dann ca. 5 cm dick und kosten so ca. 50 Euro aufwärts. Ein Tipp von mir. Geht in euren örtlichen Baumarkt und schaut nach solchen Granitplatten. Das funktioniert für den Anfang genauso gut. Und schont euren Geldbeutel. Leder. Punzieren kann man nur auf vegetabil gegerbten, also pflanzlich gegerbten Leder. Die Stärke sollte bei ca. 2,5 bis 3 mm liegen, um auch genug Material zu haben, um es zu diesen schönen Reliefs zu formen. Transferfolie. Diese Folie ist durchsichtig und unbedingt notwendig, um mit ihr eure Wunschmotive auf das Leder zu bringen. Das Leder muss zum Punzieren feucht sein. Und um das zu gewährleisten, müsst ihr immer eine Schüssel mit Wasser und einen Schwamm in der Nähe haben. Regelmäßiges Nachfeuchten ist ständig notwendig. Alternativ könnt ihr euch z.B. bei einem schwedischen Möbelhändler eures Vertrauens eine solche Sprühflasche für ein paar Groschen 50 kaufen. Damit lässt sich prima arbeiten. Unbedingt notwendig ist das sogenannte Swivel Knife. Mit ihm werden alle Schnitte in das Leder gemacht. Auch hier gibt es eine Menge Auswahl. Doch eigentlich sind nur ein paar Dinge wichtig. Erstens, es sollte höhenverstellbar sein, um sich eure Hand anpassen zu lassen. Zweitens, es sollten verschiedene Klingen erhältlich sein. Und wenn möglich, kauft euch eine Variante mit kugelgelagertem Kopf. Und all dies bekommt man schon ohne Unmengen an Geld auszugeben. Ein Stylus Ein Stylus ist eigentlich nur eine Art Metallstift mit runder Kugelspitze. Hiermit wird der Entwurf durch das Transferpapier durchgedrückt. Aber auch zum direkten Vorzeichnen auf dem feuchten Leder ist er perfekt geeignet. Wichtig ist auch ein Modelliereisen. Diese werden zum Formen von feuchtem Leder benutzt. Feuchtes Leder lässt sich ähnlich formen wie tonen. Und mit dem Modelliereisen oder Modellierlöffel lassen sich harte Kanten perfekt glätten. Sie sind ebenfalls prima zum Anbringen von feinen Dekorationen geeignet. Aber nun kommen wir zu den Punziereisen. Und wer schon mal danach gesucht hat, weiß, dass es hunderte gibt. Für den absoluten Anfang reichen aber ein paar wenige. Dann wären es zum Beispiel die Beveler. Mit dem Beveler wird grundlegend der 3D-Effekt erzielt. Indem man das Leder auf einer Seite des Schnittes herunterschlägt. Es gibt mehrere Arten vom Beveler. Die glatten, die sogenannten Checkered und die Lined-Beveler. Üblicherweise sind die Beveler mit B und einer Nummer gekennzeichnet. Für den Anfang reichen drei Größen. Diese sind aber auch notwendig, um jeweils das richtige Eis sowohl für kleine Ecken als auch für längere Strecken zu haben. Ob ihr euch für die glatte, die Checkered oder die Lined-Variante entscheidet, das ist eher Geschmackssache. Sie werden benötigt, um Bereiche, die in eurem Design eher im Hintergrund liegen, auch nach dorthin zu verfrachten. Soll heißen, mit diesem Eisen werden diese Bereiche flächig heruntergeschlagen, sodass das eigentliche Motiv hervorstehen kann. Wie so oft gibt es auch hiervon dutzende verschiedene Varianten. Sie sind gekennzeichnet mit einem A und einer Nummer. Peer Shader Mit P gekennzeichnet Werden benutzt, um Flächen Konturen zu geben und um sie realistischer erscheinen zu lassen. Denn die wenigsten natürlichen Oberflächen sind auch wirklich glatt. Und da es viele verschiedene Flächen gibt, gibt es auch sehr viele Peer Shader. Große, kleine, glatte, strukturierte, spitze, breite, ach, was auch immer. Für den Anfang reicht aber erst einmal ein mittelgroßer Glatter. Matting Tools Diese Eisen werden meist zum flächigen Kaschieren und für auslaufende Muster verwendet. Ihre Aufgabe ist es, keine harten Grenzen zu setzen, sondern eher weich auslaufende Flächen zu erzeugen. Sie gibt es ebenfalls in einer Fülle von Varianten. Und tragen meist die Bezeichnung M. Der Punzierhammer Wofür dieser gebraucht wird, ist wohl klar. Nur achtet beim Kauf darauf, dass ihr auf gar keinen Fall einen Metallhammer kauft. Denn eure teuren Punziereisen sollen ja nicht mal irgendwann so aussehen. Und er sollte nicht zu schwer sein. Denn mit einem großen Gewicht, nur aus dem Handgelenk, den ganzen Tag zu arbeiten, das werdet ihr schnell verfluchen. Es gibt Holzhämmer, Kunststoffhämmer oder Hämmer, die aus Rohhaut gefertigt sind. Für den Anfang reicht völlig ein Holzhammer aus. Wie ihr seht, kommen für den Anfang doch einige Sachen zusammen. Und das ist wirklich nur die Grundausstattung. Noch einen Tipp zum Schluss. Es muss nicht immer das Teuerste sein. In weiteren Videos werde ich auf viele Werkzeuge gezielter eingehen und euch zeigen, was man kaufen kann und was man lieber im Katalog lassen sollte. Nur eins. Lasst die Finger von den wirklich billigsten Eisen. Diese gibt es meist schon im 20er Set. Im mittleren Preissegment von bis zu 10 Euro pro Punziereisen ist wirklich gutes Werkzeug für den Anfang zu finden. Im Infotext findet ihr einen Link auf meinem Blog. Dort habe ich ein paar Empfehlungen aufgelistet. Denn nichts ist frustrierender, als entmutigt aufzugeben, weil das Werkzeug Mist war. Doch um eins kommt ihr niemals herum. Üben, üben, üben. Sollten euch diese Anfangstipps gefallen haben, dann hinterlasst doch bitte ein Like. Und um zukünftige Videos rund um das Thema Punziereisen nicht zu verpassen, abonniert doch einfach den Kanal. Danke fürs Zuschauen.